Willkommen zurück, Hurricane. Hurricane. Das sieht im Moment richtig gut aus. Lass Aukley hinter dir und fahr einen Vorsprung aus. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom 13. Startplatz ins Rennen. Du musst deinen Event-Rivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Offensichtlich ist sich der Motorsteil geholfen. Seine Reifen sehen gut aus. Die Schwierigkeiten funktionieren wohl. Ohhh. Oh, ohhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020